Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier zur Karte auf dem Arsch. Ja wir werden jetzt den Traktor zurück schenken und zwar zur Hofnummer, äh zur Hofnummer, zum Hof 3. Quatsch, Hof. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz munter. So, den schicken wir zum Hof und dann schade ich mal durch, was anlegt, soweit ich weiß, ich glaub düngen auf Feldnummer, was hat immer wieder starten. Ich hab das hier Auto Version 1106 drauf, kann ja jeder lesen. Das ist die Release Version, schauen wir was er drängt. Wird da jetzt weiterhin Schwierigkeiten haben werden? Ich hoffe es euch nicht. Grobmann, ja. Helfe. Kurs? Keine. Wir sind auf... Oh. Ich berechne hier manchmal einen neuen Kurs. Auch Kursplay habe ich jetzt aktuell aktualisiert auf Version 6.0.3, 4.0.2. Äh, was das genau bringt, weiß ich nicht. Wo finden wir uns eigentlich? Auf 54? Ja, da wäre ganz gut, wenn wir da einen Kurs hätten. Zumindest, dass wir da zwei Gefangewände machen. Dazu werden wir ganz kurz nach außen fahren. Und da wollen wir anfangen, ne? Gut berechnen. Und dann können wir einen zweiten Kurs rausfahren. So. Quatsch. Der wackelt immer extrem. Warum weiß ich auch nicht. Zurück. So. Dann werden wir hier einsteigen lassen in der zweiten Runde, dann muss er passen. Dann muss ich hier nur entsprechend einstellen. Ne, es passen einfach nicht. So. Dann können wir ihre Arbeit fortsetzen. So. Dann gehen wir weiter. Oh, die Bäume wachsen schön. Im dritten Jahr mittlerweile. So. Lkw. Immer ganz kurz ein bisschen gucken. So. So. Das ist für eine. Auf jeden Fall wollte ich auch Heu machen. Das weiß ich genau. Gras. Diese Ballenpresse. Achso. Okay. Was, ob das klappt. Müssen wir unseren Rübenfahrer noch suchen. Dünge. Das ist jetzt. Unser Mähfahrzeug. Den werden wir auch wieder einstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir viel Milch da haben. Da kommen wir nicht raus. So. Düngen. Muss ich ein bisschen so gucken. So. So. Das zeigt mal ein bisschen. Darum. Sie. Ja. Mehr wie sieben Tage. Ich muss zurecht können. Weil ich alles gemacht habe. Obwohl ich weitermachen wollte. Und dauernd ein bisschen. Bis also in den Sprung kommt. So. Und dauernd ein bisschen. Bis also in den Sprung kommt. Und dauernd ein bisschen. Bis also in den Sprung kommt. So. Geh mal leichter Fuß. So. Hier ist nichts von der LKJ zu sagen. Die LKJ läuft hier noch. Schleißig. Dass die jetzt schon fertig ist. Und die noch. Silvieren muss. Diese ganzen schönen Ballen. So. Hier war kein Fahrzeug weiter. Dann wollte ich ein Fahrzeug fertig machen. Soweit ich weiß. Wegen. Entweder Zettern. Oder wegen. Äh. Gleich. Dings fertig machen. So. Ja. Wegen Schwatten. Eigentlich. Zumindest. Vorbereiten. Äh. Die LKJ wird mal kurz reparieren. Und die sind. Kalkfahrzeug muss wegnehmen. Der muss repariert werden. Getankt ist er. Ja. Äh. 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 Läsvision raus. Und dem anderen. Sollte. Da. Jetzt. Probleme gegeben haben. Mit Delessie. Äh. Mit Alpine. Das wurden gleich gefixt. Ja. Ein paar andere Fehler halt. Ne. Keine Ahnung. Was für eine. Fest welche. Aber. Da rangeht Wasser. Geht mal her. Müsste mal schauen. Äh. Zuckerrüben. Hat noch ein Fahrzeug gehabt zu fahren? Äh. Die Rüben. Den hab ich noch nicht erreicht. Jedenfalls. Nicht gesehen jetzt gerade. Da könnte ich hier am besten hin. gehen. Da ist was Platz. Ich hab keinen rechten Platz hier. Äh. Kein großes Ding. Ich hab mir nur angerührt. Da hätten die Anhänger hin zu stellen. Die Gängerfahrzeuge haben auch ihre Halle. Ach. Hier stehen. Ach. Da ist der andere hier mit dem. Da kommen wir hier rum. Alles klar. Das sieht er hier mit da rüben. Das rüben Fahrzeug. Ja. Nach einer Woche ist das ein bisschen schwierig. Ja. Endlich Wochenende. Ich wünsch mal allen einen schönen. Sportenstart. Das ist immer. Ja. Ich hab wieder verdüst. Äh. Ist egal. Ne. 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 so wie das so oder so da weg weil wir stehen ja alle im wege allen fahrzeugen ist der wasser fahrzeug aufwege du wirst dich jetzt wieder rüber fahren unser milch fast das ist unser ballen fesse so angekommen der kann auch entsprechend vollgetankt werden der kennt ja nix oder sie mal gucken ob wir auf hier nicht haben jetzt könnte ich eigentlich auch fünf spielen ja genau und gleich mal dafür sorgen dass ich alle wasser kriegen ein guter stück muss weg mal sehen wir hinkommt kommt vorbei den könnten wir eigentlich die voren stellen muss ich mal sehen wir hinkriegen dass ich der objekt aufheben das faktor gut kommen wir hier an wollen irgendwie takt damit angezeigt wird zucker rüben ist voll wasser wieso nicht wasser hat um die runde gefahren und der hierzu steht und blockiert dazu müsste ich mal ganz kurz um die wasser aktivieren zu können muss daran gelegen haben ist habe ich auch genug daran überlegen aber wenn man die ganze tier im wasser geben da haben wir einen sammelwagen so wusste ich gar nicht mehr wir haben viel mist wenn man gut daher nach gereicht aber ja die fühlen sich wohl ich mache sie noch machen auch von 41 prozent na gut draußen sind 39 grad da brauchen die tiere garantiert viel schweine vor darf ich übrigens hier und misst auch dazu hingestellt hier muss ja auch unter 50 prozent aber nicht viel oder so wie sieht es futtermäßig aus so zur hälfte auch zur hälfte gut dann werden wir gleich mal die schweine putzen die schon mal hier sind schon mal hier sind die schon mal hier sind Das klappt auch. Jetzt müssen wir ein Stückchen weiter fahren, dann kriegen wir ihn nicht oben. Alles aber nicht klar. Vielleicht wird er zu schwach. Gut, der muss reichen. Beziehungsweise machen wir zum Schluss. Die kippen dann mal, ne? Abkippen. Ja, gut. Es geht darum, dass wenn die abkippen, dann kann ich nicht mehr... Na gut, putzen kann ich schon. Jetzt seh ich so ranpasst. Scheiß was, passt nicht, ne? Gut, die Kuppung passt auch nicht. War hier was drinne? Ne. Gut, dann müssen wir was anderes einfahren. Globaler Markt, haben wir da noch Rüben da gehabt. So viele Sachen zu tun. Weizen, Zuckerrüben haben wir noch 500.000 drin. Milch. Ja, dann können wir die Milch von hier fahren, ne? Können wir ja nicht liegen lassen, so. Das ist noch von Thüringen. Das war lange, lange Zeit. Das ist sehr gut haltbare Milch hier. Naja. Wüsste eigentlich schlecht wäre normalerweise. Aber normalerweise ist es ja so, die Milch wird gemolken und dann wird die gleich verarbeitet. Also Belan, Wasser, Papier, Roherei, Papier, Sendlan. Okay. Landesheer. Globaler Markt, Milch war es gewesen. Dann auch für BK1. Abladen Milch. Das war. Fabrik. BK1. Abladen Milch. Das war. Fabrik. BK1. BK1. Also BLAN muss ich gleich die Milch hinterher schreiben, da kommt besser hin. Bernd Wasser anbieran. Eigentlich Belan. Da. Da kommt mit. Das fand ich denselbe Trigger, aber das ist halt die gewaltige Richtung. Man sieht auch die Straße findet jetzt. Komm mal, Piki. Stört. So. prozente neun aber der fährt schon mal, das ist auch viel wert ihr werdet es ja oben sehen bei mir, die 43 prozent muss ja mehr werden verkaufen nicht ist überhaupt täglich geworden naja gut, das haben wir programmiert, dass in einer Zeit der Schmutz gesehen ist ja, Milch macht er voll können wir ein bisschen Milch erstellen Holz muss ich dann machen bei Gelegenheit das kommt ja auch spätestens ja nächste Aufgabe kann man sagen Palettenwerkbau, alle Paletten Sägewerkbau, Holz für Paletten damit die anderen Paletten stehen so dumm und dich so liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein dann seid mal tschüss tschau und dickes Danke für uns reinschauen ja, morgen geht es hier weiter hier im Marsch ja, Fahrzeuge aufräumen und die nächsten Sachen vorbereiten tschüss 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 tschüss